Hallo ihr Lieben da draußen. Ich hoffe es geht euch allen gut. Mir geht es auch gut. Ich habe wieder ein neues angespielt für euch. Und zwar The Ultimative Clicker Squad. Ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein ganz witziges Spiel und wir gehen mal rein. So. Ah, da bin ich schon. Ich habe es schon vorgespielt. Aber wir können auch neu machen, wenn ihr das möchtet, von Anfang an. Und ich denke, das machen wir auch. Wir machen ein neues Game. So sieht es aus. Hi, wer bist du denn hier? Ach so, du bist das neue Monster. Click. Das mache ich doch. Oh, jetzt geht es los. Auf einen. Ja, du kleiner Zauberlehring. Du bist so süß. Ich kann dich sogar auf meinen Daumen tragen. So klein und süß bist du. Was ist jetzt? Ah, jetzt kann ich dich aufwerten, siehste. Ja, noch nicht tolle. Aber immerhin kannst du die mit zwei Schlägen verprügeln. Zwei Schlägen. Und der auch. Oh, guck mal, wie der blutet. Iggit, iggit, iggit. So eine blutige Angelegenheit hier. Grün, Rot, Gelb, Lila. Alle Farben haben die ja. Na, wirst du wohl. Ei, 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 ei. Nun streng dich mal ein bisschen an, mein lieber Freund. So, und dein Name? Wie heißt du? Hat du keinen Namen? Och, Mensch. Kriegst du nachher von mir. Maximilian oder so soll es da heißen. So, nun kannst du ja schon ein bisschen was. Du bist jetzt auf Frank 5. Naja, doll ist das nicht. Und wenn der Boss kommt, dann habe ich ganz schön die Arschkarte gezogen. Das sage ich dir strenglich an, mein kleiner Freund, du. So, erst mal Geld aussammeln. Und, oh, jetzt habe ich den ersten Spell. Unlocken, machen wir doch gleich mal. So, was haben wir da? Ein Blitz. Oh, den benutze ich auch gleich. Guck mal, wie schön. Prima. Dann brauche ich gar nichts machen. Nö, noch nicht. Und jetzt geht es weiter. Es geht weiter. Und ich hau dir eins auf die... Das sage ich lieber nicht. Auf die Fresse. Was ist das hier? Ich soll was kaufen? Ja, gut, dann kaufen wir eben. Kaufen wir einmal leben. Mehr kaufe ich auch nicht. Das muss genügen. Mehr will ich nämlich nicht kaufen. Und zack, 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 zack. Ich will mal gucken, ob das auch alleine geht. Nee, nö, da muss ich klicken. Ist ja auch ein Klickerspiel, ne? Der muss man ja auch klicken. Da ist noch nüscht, nee. Ich klicke, ich verhau ihn einfach. Kommt ja noch kein Boss. So, mein Lieber, auch du kriegst dein Fell voll. Jo. Guck mal, gleich platzte. Haha, hab ich's doch gewusst. Und du komischer Typ auch. Jo, mein Zauberer kann so einiges. Ja, ich tauf dich um. Ich nenn dich Merlin. Ist einfacher für mich. So, jetzt wollen wir dich mal ein bisschen aufwerten hier. Kannst du noch mal aufgewertet? Jetzt ist Schluss. Mehr geht. Mocht ja nix. Aber immerhin. 20. Und Runde 4. Und bald kriegst du auch einen Kollegen, schätze ich mal. Bin ja gespannt, wer das wird. Gespannt, wie es nach was Lumpi. So, und noch einmal noch ein Fell voll. Und wie sieht's aus? Ja, ich kann dich noch ein bisschen. Ein bisschen kann ich noch. Oha. Ja. Denn hast du wie viel? 31 Schläge. Ja, besser als gar nix, ne? Und immer drauf auf die Großen hier. Auf die Ungeheuers. Oha. Kommt immer die gleichen, ne? Sieht ihr schon. Ah. Wollt immer noch alle mitspielen. Könnt ihr auch. Bis jetzt, ja. Oh, ich hab vergessen zu klicken. Ich hab vergessen zu klicken. Uiuiui. Ah, guck mal, ich krieg einen neuen. Einen neuen Helden. Da bin ich aber gespannt, wer kommt denn jetzt? Ach ja. Ja, du grüner, kleiner, putziger Bär. Ach, hast du ein kleiner. So klein bist du ja gar nicht. So würde ich mal ein bisschen aufleveln. Viel geht ja noch nicht. Ach, um einen nur. Um einen einzigen. Das ist doch doof, ne? Das war ja noch nicht viel. Ja, ich brauch Geld. Ich brauch so viel Kohle. Und wenn ihr ordentlich Kohle habt, dann werdet ihr weiter verkloppt. Und dann habe ich nämlich mehr Macht. Und dann, dann hat er auch mehr Macht. Was nun? Scheiße. Jetzt kommt der Boss. Oh nee, gucke mal. Den schau ich doch nie im Leben. Warte, ich kann ein bisschen aufdings und hier auch ein bisschen. Oh nun, nun geht das aber los hier. Aber ich glaube, ich schaffte ihn nicht. Oh, nur haut doch ruf hier. Ich hau hier rauf wie eine Bekloppte. Mann. Ich glaube, ich schaffe ihn gleich. Zack, zack, zack. Oh. Mein Finger, mein ammer Finger. Schei. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und der King ist frei. Und er gibt mir jetzt so schöne Diamanten. Boah. Juhu. Alles mögliche krieg ich von ihm. Ja. Nun bist du weg, ne? Na, feinerle. Mocht nix. Kommt die nächste Runde an der Reihe. Ja. Aber ich muss erst mal gucken. Ich will erst mal ordentlich Moos sammeln. Und den kann ich ja wieder aufwerten. Erst mal ordentlich Moos. Ne? Und du. Du brauchst gar nicht so zu lachen, du. Alter. Sack, du. Geht's auch an die Wäsche. Moment. Ich könnte einen neuen anheuern. Aber, ne. Ich wüsste ja was. Ich werte erst mal auf. Ich werte erst mal die... Da geht nix mehr nur hoch. Da werte ich auf. So. Ah, guck mal. 62. 62 Klicks. So geht das. So kann ich die auch nicht verkloppen. 260. Warte mal. Ach so. Bei 300. Da machen wir 300. Da will ich einen neuen Kollegen kriegen. So. Und wer bist du? Habt's gucken. Hallo. Wer bist du denn? Steht immer nicht drauf, wer du bist. Was bist du für einer? Oh, du siehst sie so. Auch wie so ein... Wie siehst du aus? Weiß ich nicht. Hm. Was bist du für einer? Kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Was macht der? Hm. Finde ich ja doof, dass er nicht draufsteht, wer da mit bei ist. Ne? Das finde ich gar nicht so lustig. Oh, jetzt kommt mal wieder der Blitz an der Reihe. So, dann freut mich nicht wie tun. So. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Oh, ich darf nicht vergessen, aufzuwerden. Guck mal, du kriegst auch so ein bisschen. Du kriegst auch ein bisschen. Mal sehen. Und du auch noch so lange, bis ich nichts mehr aufwerten kann. Machen wir das einfach. Was war da eben? Unlock. Ich will nichts anlocken. Da, hier. Will ich mal reingehen. 100. Upgrade. Any hero to level. Machen wir doch. So. Nun kann ich auch nichts mehr machen. Aber das fand ich ganz gut, dass ich das gemacht habe. Zack, 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 zack. Oh, mein armer Finger. Mein armer Finger. Mann, warte mal. Oh, warte mal. Den kann ich ein bisschen. Das ist ja auch mein erster Held. Ne? Der Merlin. Das ist ja auch der Beste von allen. Oh, guck mal. 120 habe ich ja schon. 120 Klicks. Da kann ich dich auch nie mit verhauen. Warte. Und was kann ich jetzt mal? Auch den will ich mal ein bisschen stärker haben. Jawohl. So, das ist auch wichtig. 34, 15. Ich schätze mal, das sind die Level, die sie abgelevelt haben. 120. Mit 120 Klicks verarscht. Ey, ich verhaue ich euch den Popo. Jawohl. Merlin. Und wie heißt du da oben? Ha. Dicker Bär. Und du siehst aus wie so ein... Ach, was weiß ich. Wie nennen sich die nochmal? Schamane. Genau, das ist ein Schamane. Und kann ich den Schamanen schon? Ja, könnte ich eigentlich den Schamanen. Wenn ich auch mal hochleveln. Die nochmal ein bisschen. So. Und dann den Merlin auch nochmal. Und das ist gut. Ja. Und nun habe ich schon ganz schön viel. Und dann kann ich bald auch wieder neuen anheuern. Aber ihr solltet dann auch immer erst entscheiden, ob ich das weiterspielen soll. Oder nicht. Ich finde es ganz witzig. Zumal ein schönes Spells gibt. Und schon wieder der Blitz. Siehst du? Blitz und der Hammer da oben, oder was ist das? Ha. Lustig. Lustig. Ah, ich möchte nochmal bis zum Bus. Ob ich den Bus denn doch schaffe. Ich weiß es ja nicht. Mal gucken. Oh, das dauert hier. Ich kann neuen anheuern. Oh ja. Warte mal. Mach ich auch gleich. Wen haben wir denn da? Guck, da steht er wieder. Nee. Oh, guck mal. Ein Schlachter. Mit zwei Hackebeilchen. Oh, warte, warte. Nur ein Weilchen. Weil kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen. Mach der Hackefleisch aus dir. Und ich muss weiter aufwiesen hier. So, und. Schaffen wir den diesmal? Mann. Schaffen wir den? Wir sind auch zu schwach. Leute, wir sind einfach noch zu schwach. Das geht nicht. Guck mal. 13. Oh, wenn ich mal ganz doll. Und ich hau hier wie so eine Beknackte drauf. Das muss auch zu schärfen sein. Los, los, los. Zack, 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 zack. Komm, die drei. Jo. Wir haben es geschafft. Geil-O-Matic. Wir haben es geschafft. Jo, meine Lieben. Das war erstmal das Angespielt. Wenn euch das gefällt, mache ich da gerne ein Let's Play draus. Also, ich finde es ganz pfiffig. Und ganz witzig. Und jetzt sage ich erstmal. Tschüss, ihr Lieben. Das war es erstmal von mir. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Aber das sage ich ja jedes Mal. Und tschüss, ihr Lieben. Macht's gut.